Sonst würde es mir ja nicht gezeigt werden. Schon mal da gewesen? Am Schrottplatz? Omer, alaikum salam. Hat nur das Schild auf dem Weg gesehen. Karl ist jetzt auch bei Döner, Mann, ja. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte... Abo, lies doch. Was stand da? Ey, es gibt einen bestimmten Namen für diese Augen, die die Oma hat. Auch in real, wenn man von Augapfel unten das Weiße sieht. Verschwörungstheoretiker sagen, dass diese Menschen, die solche Augen haben, auf mysteriöse Art und Weise immer gestorben sind. Was? Ist sie? Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Hey, alaikum salam. Kommt demnächst inshallah. Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren drei bis vier Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten... Was weiß ich? Ja. Ah, perfekt. Lass uns weitergehen. Okay. Also, Brian und Laura, hm? Oh, man. Warnt sich da irgendwas an? What the fuck? Beides Cringe-Antworten. Ach, man. Glaubst du, da warnt sich irgendwas an? Ja, da hat es auf jeden Fall gefunkt. Ja, genau, aber waren das jetzt so Aggro-Funken oder Sex-Funken? Das waren bestimmt Sex-Funken. Ist sie nicht schon mit jemandem zusammen? Ja, Noah. Ryan ist Ryan. Ah! Abgesehen davon, jetzt wo er ein Abenteuer mit Miss Geheimnis voll erlebt, wie nimmst du's damit auf? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob was wert ist. So ein Bullshit. Wie? Ja, es ist so, Maxi. Du hörst doch drin. Mit Gefühlen. In so einem Thema... Geht einfach dahin, wohin der... Junge, in so einem Moment macht er so ein Thema auf. Schwachkopfhausen hat angerufen. Wind ihn bläst. Wäre er nicht der Erste, der dahin geht, wo was bläst? Ist aber am Ende auch egal. Jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und... ...heroisch. Augenklappe? Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Hacken. Da! Da war wichtig ihr Chat. Oh, scheiße. Oha! Oha! Schau nur, Steampunk ist zurück. Komm, da lang. Wir brauchen ein Braille-Emote. Ist so... Ey, ich find's so krass, wie viele Clips jeden Stream entstehen, gell? Ich seh das ja in meiner Statistik-Chat, also in meinem OBS, im Streaming-Programm. Und allein in diesem Stream sind 25 Clips entstanden. Ist das nicht voll fascinating? Ich hatte, ich glaub, sogar mal einen Stream, da waren so 50, 60 Clips und so. Aber ich find das voll krass. Walla, du musst dir theoretisch gefordert, das sind so kleine Schnipsel, die Leute erstellt haben. Das ist voll heftig. Oh, die gehen ja jetzt in den Creepy-Raum. Oh, die sind schon drin. Was machen wir jetzt? Tja, machen wir es uns doch mal gemütlich. Mit ein paar Cocktails, ein bisschen Fernsehen. Nein? Junge, wieso hasse ich Emma so sehr, Chat? Ich versuch wirklich, die positiven Seiten zu sehen, aber es gibt nicht. Wieso bist du immer so positiv? Wieso fragst du mich das ständig? Ich meinte eher deine Zuversicht und nicht dein. Was auch immer du gerade tust. Ich weiß nicht. Ich glaub, dass ich nicht ertrag, wenn jemand traurig ist. Ah, hä? Bäh. Machst du deswegen das Internet-Video-Dingsy? Internet-Video-Dingsy? Dingsy. Ah! Die Leute glauben, es geht um die Aufmerksamkeit und vielleicht stimmt das anfangs. Aber nach einer Weile macht es keinen Unterschied, ob du 4000 Likes oder 100.000 Likes hast. Oh, tut mir leid. Oha. Chat, sie ist international bekannt. Let's go, der Hase. Laune. Indem ich auf dumm mach. Vielleicht macht mich das dumm? Oder vielleicht mag ich einfach gute Laune? Ist doch voll okay. Musti Freezy, danke sehr. Danke für die lieben Worte. Eine scheiß Nacht, was? Ja. Na los. Ich will es von dir hören. Na scheiß Nacht, sie kann mich echt am Arsch lecken. Weird shit. Ganz weird. Boah, können wir wieder zu dem Creepy Stuff rüberkommen? Langsam mal. Lass mich los, du Schlampe. Ich bleib dir die Birne weg. Ah! Schreib! Ah! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Spatz? Oh nein. Ah, die Vorhersage. Carl ist auch da. Carl ist auch da. Sie verwandelt sich gleich. Hab dich. Jetzt reiche ich meine armen King. Geh weg! Lass mich los, verdammt! Hör sofort auf! Constance. Was zum Teufel ist hier oben raus? Oh, wach auf! Wach auf! Lieb nicht. Komm schon. Wach auf! Wach auf! Bruder, ich hab einfach ihr Gesicht weggemacht, Chat. Ich wollte nur meine Shotgun zurückhaben. Er sagt, wach auf! Ich will nicht lachen. Stell euch vor, Carl versucht sie aufzuwecken. Er sagt so, wach auf! Du darfst in solchen Momenten nicht den Kopf verlieren. Oh, warte mal. Da war ja was. Sie ist tot. Kleiner Bobby. Mar ist tot. Das ist auch seine Mar? Hat Carl For Real die Frau gerade Mar genannt? Bruder, die könnte deine Tochter sein. Jetzt wird... Jetzt wird... niemand mehr geschützt. Travis. Travis. Oh, Brian kommt doch gar nix dafür. Ich hab gar nix gemacht. Er hat einfach Stich bekommen. Chat, guck mal. Falls ihr denkt, ich bin ein böser Mann, okay? Die arme alte Frau. Ich hab das nicht gemacht. Ich wollte das doch gar nicht tun. Und wenn ich mich nicht gewährt hätte, wahrscheinlich wäre der Kopf von Laura weg. Und die kann ja noch weniger für die ganze Situation. Das sind ja die Psychos, die hier so Wehrwölfe anpflanzen. Als ob die im Farmville spielen. Hallo. Ich liebe sie. Mohammed, danke schön für deinen verschenkten Sub an Ayshe. Abu, das war schon traumatisch. Es hat mich auch verstört. Ah, okay. Oh, Mann. So ein Dreck. Ja. Ah, ah. Ey, warte mal. Ist das dumm? Warte mal. Ich hab gehört. Wenn du ne Blutung hast und rausziehst, du blutest noch mehr. Ja, Abu, ja. Nee, nee. Ich lass drin. Ich lass drin. Ich lass drin. Nein. Geht nicht. Nein. Ja. Aber, Bruder, wie will er so weitermachen? Er ist, will er jetzt bekannt sein in der Stadt? Er ist der Mann, der ein Messer in seinen Körper drin trägt. Schau vor, irgendwann er heiratet. Er lässt das immer noch drin und so. Er lebt fröhliches Leben weiter, Chad. Sein Markenzeichen, ja. So langsam hat er, wo mehr knackst als das Game. Hey, ich bin auf dem Boden der Tatsache geblieben. Dinklberg. Dinklberg. Alaikum Salaam. Jemand wollte sehen, wie viele Karten ich hab. Hier. Neun von 22. Guck mal, wie viel wir hier verpasst haben. Bruder. Krank. Heftig. Ich kann nur noch ein, zwei, drei, vier finden. I guess, wenn das die richtige Reihenfolge ist. What the fuck? Snack für Mitternacht, oder was? Bisschen rohes Fleisch. Ich liebe Fleisch. Okay, dann mach alles zu, oder was? John Cena. You can't see me. Ich glaub, lieber verstecken. Ich glaub, lieber verstecken, Chad. In den Schrank unter das Bett. Ach du Scheiß. Nein, nein, nein. Ich geh unter das Bett. Ich geh unter das Bett, Chad. Das Krümelmonster. Bett, 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 Schrank. Bett, 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 Schrank. Ich hoffe, er windet mich nicht. Bitte. Das Messer ist noch am Chillen. Okay, dann mach mal ein Swerwolf. Er hört, wenn ich einmal ausatme. Geh weg! Geh weg! Bruder, wie ist es okay? Okay, was macht der? Ah! Nah dran. Melde mich. Over. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser! Hey! Selber, Wichser! Guter Konter, mein Freund. Na, hör mal! Rennen verstecken. Ich weiß nicht. Rennen, Scheiß, renn. Scheiß drauf, wir rennen. Run, boy, run. Nö, 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 nö. Run, boy, run. Nö, 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 nö. Run, boy, run. Ich kenne den Rest vom Text nicht. Voila. Why are you running? Why are you running? Ey, mein Tennisball riecht gut. Wisst ihr, ich weiß gar nicht, wieso der gut riecht, aber der riecht echt gut, Chad. Spielen, aber wieso? Bist du verblödet? Ich weiß, Chad, mal gucken, was es damit auf sich hat. Gleich, ich sterbe deswegen. Ich bin zu neugierig für sowas. Gibt es hier echt Bären? Ein Bäri. Was war dieser Spruch in Until Dawn? Nicht mal mit Schnucki. Luki, Luki. Was war das, Chad? Schnucki. Luki, Luki. Feuer für meinen Schnucki. Genau, genau. Boah, das war schon echt Lisa. Cringe-Blattern. Alles oder nix. Records. Nein, Carl. Geh einfach weg, bitte. Carl, bitte geh einfach. Bratan. Aber jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Geh einfach. Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Wow. Ich hab doch gedrückt. Ich hab'n Schwester, ich hab'n gedrückt. Ah. Ah. Ich will ihn eigentlich nicht töten. Chad, bitte geh einfach rein. Geh einfach. Rennen, rennen, rennen. Ey, wir lassen ihn einfach in Ruhe scheiß drauf. Bitte. Carl, bleib da liegen. Alles gut, Mann. Wie ist deine Position? Wo seid ihr genau? Es ist doch rennen. Wieso stehst du? Wo bist du? Okay, die sind alle am Arsch-Chat. Wir haben alles ruiniert. Sieh schon. In die Fresse. Sie hat Kelly einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Halt! Halt! Travis tut mir irgendwie voll leid, Chad. Ich hab' das Gefühl, der Typ will ihr wirklich helfen und nimmt seinen Job auch ernst und so. Mann, er ist voll überfordert von der Situation. Der Arme, ja. Mann, 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 Mann. Das wird jetzt alles andere als angenehm. Was verspreche ich dir? Abo, das erste Mal sehe ich, dass Travis, der Cop, noch lebt. Alle haben ihn damals in den Knast gekillt. Was? Der weiß gar nicht, wohin mit sich. Er ist voll überfordert. Oh nein. John Cena. Ryan hat doch... Wieso Ryan? Wieso verfolgt er ihn überhaupt? Der hat doch gar nichts gemacht. Was will er von ihm? Der Bri hat schon Messerstich bekommen, Chad. Was will er? Was will er? Was will er? Bobby will spielen. Oh, no, sass. Ach du Scheiße. Der Bri wäre ein Paralleluniversum-Basketballspieler geworden. Bobby Cena einfach plötzlich Werwolf geworden. Er kann hören, wann ich atme und wann nicht. Rechter Stick, Mohamed. Wow, let's go. Pietro Lombardi auch noch. Achievement sogar freigeschaltet. Bro, aber Respekt, dass er da durchhält. Wirklich. Ich glaube, jeder von uns würde vor Schmerzen eskalieren, oder? Er hat Ohren auf Maximum geskillt, ja. Oh Gott, komm schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. Meine Fresse. Ja. Ja. Oh. 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 Was war das für eine komische... Was war das für eine komische Stelle? Bro, wie hat er reagiert? Als ob er so ein Cyborg ist. Wir haben das besser rausgemacht. Ich gestochen, der so... Ah. Was machst du? Ich wurde noch nie gestochen. Ich fass. Ich liebe Fleisch. Es tut echt weh. Dad. Hä? Chad, ich glaube, er ist sowieso ein Baby. Er hat gesagt... Dad. War aber interessanter Charakter. Bruder, das ist richtig cool. Gemacht das Spiel. Einfach klopfen. Oh, Laura. Hey, hey. Ich bin's. Ich bin's. Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du. Eigentlich nichts Besonderes. Oh, Ryan. Wie schlimm ist... Ich glaube, hätte ich theoretisch gesehen nicht zugestochen, wäre sie gekommen und hätte ihn getötet. Bobby. Also wir haben quasi... Guck mal. Wir haben bis jetzt Carl gerettet und auch Bobby-Chat. Das ist krasser Skill eigentlich. Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich geb wirklich mein Bestes. Aber dass sie sich zurückhalten kann. Wie komisch ist das? Erst Max, jetzt du. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Krass. Bruder, sie hat's einfach unter Kontrolle. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Stirbt Ryan jetzt? Sterbe ich jetzt? Die gleiche Frage. Aber es heilt wieder, stimmt's? Nein. Nein. Sie wird ihm beißen. Ryan. Wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja. Ja. Versteh schon, böser Wolf. Ja. Ach. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir heraus... ...brechen... ...will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris. Du tötest einen Wehrwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Ura. Die werden alle dann abgesaved. What the fuck? Beißen lassen? War Hunter. Aleikum Salam. Chat, ich sag euch, wie es ist. Fressen oder gefressen werden. Tun wir es oder nicht? Annehmen. Ohne viel nachdenken. Bro, ich... Ich... Ich weiß nicht. Ich find die Storyline so cool. Tu es. Ich will halt sehen, wie sich das jetzt dann entwickelt. Okay. Oh. Junge, nicht... War ich unschaftig für dich? Nicht, dass sie eskaliert und ihn auffrisst. Stell dir vor, sie verliert die Kontrolle. Ganz sachte. Ganz sachte. Ganz ruhig bleiben. Scheiß drauf. Okay, 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 okay. Ah. Ich liebe Fleisch. Gleich wirst du dich besser fühlen. Saftisch, gtaftisch. Bald, glaube ich. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen... Rosalinde wäre gar nicht stolz auf dieses Geschehen hier, Chad. Also, Chris wird pretty much daran glauben müssen, I guess. Der Typ tut mir aber auch leid, Chad. Seine Oma weg. Seine Tochter weg. Hm. Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und... Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir... Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Ja, klar. Okay, let's go. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Ah, die suchen nach diesem Teil, womit das Auto wieder geht. Oh, klar. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter. Chad, sie heißt Caitlyn in dem Spiel, oder irre ich mich? Ja, ihren Namen nochmal, ich hab's vergessen. Ja, okay, okay. Caitlyn. Okay, okay, Sonran, Inshallah. Mohammed, alaikum salam, pass auf dich auf. Oh, diese Bewegungsmelder sind creepy shit. Ernst, da creepy shit. Hier ist auf jeden Fall nix. Ich glaub, ich geh bisschen weiter. Okay. Aber schon Zufall, dass sie guten Aim hat. Und es in Legion of Legends auch eine Caitlyn gibt, aber mit C, oder Venus? Ich find voll der Zufall. Hier, Werkstatt. Hm. Der Brie drückt einfach. Alhamdulillah. Oh, bismillah. Danke sehr, danke, Ruski und Taiwan. Danke, Chad. Vielen lieben Dank. Jetzt kommt Wachhund, sein Vater, glaub ich. Wach-Werwolf-Hund-Mischung. Ich wollte hier noch gucken, ob ich was anderes vielleicht finde. Hier oben noch abchecken, I guess. Chat, guck mal, damals, als ich angefangen hab mit den Livestreams und Gaming und so, hätte der alte Papi-Julo hier oben Stock überhaupt abgecheckt? Niemals, oder? Man entwickelt sich auf jeden Fall weiter. Full Moon. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Wärst zum absoluten Problem. Ja, Dankeschön, Ruski. Wer ist Tee? Tee? Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Taha, mir geht's gut, Alhamdulillah. Ich hoffe, dir und deine Familie geht's auch gut. Der alte Papi-Julo hätte nicht gewusst, was ein Stock ist. Yo. Tee steht für Travis Scott. Ah, Travis, ey, der Polizist heißt ja wirklich so. Ein durchschnittliches Auto besteht aus mehr als 30.000 Einzelteilen. Okay. Dankeschön für die Rand-Info, I guess. Traube, willkommen im Stream. Das ist der Topic. Aleikum Salam. Ah, wir müssen noch gar nicht hier, oder? Hier haben wir doch aufgemacht. Ich sehe echt nichts Positives kommen hier. Irgendein Scheiß wird gleich passieren. Ey, wenn da so Werwolf-Epidemie wäre, würdet ihr euch jemals trauen, hier in dieser Gegend rumzugehen? Also, hier habe ich komplett die Orientierung verloren. Nee, safe. Ich bin die Erste, die bei sowas stirbt. Astagfirullah. Nein, niemals. Ganz kritisch. Klar habe ich nichts Besseres zu tun, Abu. Boah, ich gehe einfach weiter. Da gibt es zu viel, was man erkundt. Oha, wie groß. Arina, danke, dass du so lange am Start warst. Pass auf dich auf. Mein erstes Mal auf Twitch geschaltet, Abu Julo. Sunguku, willkommen im Stream. Dankeschön fürs Supporten und Vorbeischauen. Ganz komischer Hase. Da. Ist das ein frisches Auto? Was ist das jetzt? Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Fallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Perfekt. Na, nein. Oh, jetzt höre. Bin zum ersten Mal heute in deinem Stream. Bockt mega. Mach weiter so, Bro. Das freut mich sehr, sehr zu hören. Dankeschön, Bessi. Vielen lieben Dank. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Runter lala lassen? Ermutigend. Sicher. Ja. 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 Klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Hallo. Ich liebe es. Furry Mary, Dankeschön für deinen verschenkten Zapp am Bessi. Sehr wild und süß. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay. Okay. Mal sehen, wie das funktioniert. Wäre fresh, wenn der Brattern sich irgendwo mal sauber gemacht hätte. Ganz so auf Waschbecken angelehnt. Wisst ihr? Einmal... Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ach, shit. Okay. Dann mal los jetzt. Ey, gleich bestimmt Quicktime-Event. Tippen Sie nach links. Ist das eigentlich ein Magnet oder was ist das, was das Auto hält, Chat? Ist das ein riesiger Magnet? Gibt's sowas tatsächlich? Ja. 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 What the fuck? Heftig. Findet ihr das nicht voll faszinierend? Was ist mit ihm? Da ist jemand. Oh mein Gott. 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 Natürlich Catelyn waren. Boah, das war eine gute Idee. Das war eine gute Idee. Bro, oh mein Gott. Auto schwingen. Ich glaube, hupen, weil Geräusche stören die doch, oder Chat? Oh nein. Ich hätte hupen sollen wahrscheinlich. Chill doch, bitte. Ich werde hier so nahe zu denken. I'm trying my best. Aber welcher Wolf ist das? Das würde mich interessieren. Wer von denen? Nick ist ja wahrscheinlich da im Käfig. Der ist nicht tot, na, der ist nicht tot. Die können nur durch dieses Silber am Vollmond umgebracht werden. Er lebt noch, Chad. Die sind doch alle nicht mehr im Käfig. Genau, genau, ich meine den... Ah, aber der ist da bestimmt noch im Haus. Der ist da bestimmt noch im Haus. It's ammo, 8 Tage, 1 Stunde, sehr stark. Wild und süß. Also theoretisch gesehen kann es jeder sein. Einen, stimmt schon, ja. Musti, danke schön für dein Prime-Sub. Willkommen in der Oma, mein Bratan. Ja, chill doch einfach. Wir brauchen Schutz. Sieh, was du finden kannst. Das ist besser als nur rumsitzen. Du sitzt doch selber. Hä, ist sie dumm? Chad, ist die verblödet? Stehe selber auf, du Schabrake. Mach mal was. Oh, Shinjitsu, mein Ehrenbruder. Danke sehr für die Verlängerung deines Aufenthalts in der Oma auf den siebten Monat. Musti, alaikum salam. Die Hauptsicherung ist kaputt. Deshalb gibt es keinen Strom. Was hat das für einen Zweck? Was ist das? Silberkugeln. Wie sind die hergekommen? Der Jäger hat sie verloren. Aber eine Sache. Es ist gruselig, wie wenig große Firmen sowas juckt. Zum Beispiel, wisst ihr, was ich einmal hatte? Ich hatte so ein Produkt, das wollte ich zurückgeben, Chad. Auf Amazon gekauft. Und ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und das wollte ich zurückgeben. Und ich meinte halt, es war halt kaputt. Also es war halt kaputt. Ich wollte es nicht zurückgeben, aber ich wollte es ersetzt haben. Und Amazon hat mir dann gesagt, ich muss es nicht zurückschicken. Die schicken mir einfach nochmal ein neues. Hä, die haben es mir einfach geschenkt. Das hat mich so verstört. Ist das nicht weird? So kam er wohl nach oben und attackierte Caitlin. Und solche Storys habe ich voll oft auch von anderen gehört. Ja, ich hatte das auch mal. Das ist normal. Kenne ich. Stabil. Das ist echt krass von denen. Also nutzt das jetzt nicht aus. Sonst werden die Leute hochgenommen, die wirklich ein Problem haben. Aber auch ansonsten, ja. Ich habe mein Headset viermal neu gekriegt. Du dreckiger Zuwarnerei. Du hast sie ausgenutzt. Ist da eine kleine Tür oben? Äh, ja. Dann mach sie auf. Warum? Wir wissen nicht, was da ist. Ganz genau. Hast du denn nicht aufgepasst? So gar nicht? Okay. Was ich meine ist, könnte gut sein, dass wir einen Fluchtweg haben. Weißt du? Wir wissen nicht, was in der Lodge ist. Geh selber hoch. Vielleicht gibt es einen Weg, um es zu verteidigen. Okay. Ich denke, das macht Sinn. Hä? Was ist das für eine dumme Scheiße? Wieso geht sie aber vor jetzt, verstehe ich nicht. Sie wollte doch gucken. Also sollte sie auch hochgehen. Alles okay? Ah, wow, ja. Okay. Das war knapp. Richtig abfuck. Bruder, ich habe ganz negative Vibes gerade bei Gott. Ich sage euch, wie es ist. Abigail wird es nicht gut gehen. Kann man das auch machen, wenn man nichts bestellt hat? Ja, ja, Elijah. Du kannst einfach umsonst Sachen linksen. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht es bald besser. Cool. Ich habe das Gefühl, er wird trotzdem sterben. Bestimmt, da gibt es irgend so eine Regel oder so mit dem Werwolf-Dings. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht. Ich habe echt genug. Es reicht. Ja. Oh, wisst ihr, wegen der Amazon-Thematik, es gab tatsächlich sogar mal eine Person, die hatte was bestellt und es gab wohl so ein, halt ein Tag, alle Bestellungen, die in einen gewissen Ort gehen sollten, haben sie alle zu dem geschickt, aus Versehen. Also das war Produktwert von 10.000 Euro oder so angeblich. Und der Typ durfte am Ende die Sachen einfach behalten. Chad, die haben es einmal nicht zurückgenommen. Hä? Ist das nicht krass? Richtig weird. Bruder, stelle, wo du bestellst einfach und du machst Big Win seinem Vater. Oh mein Gott, was habe ich verpasst? Bruder, ich weiß nicht, ob du da warst, aber das einzig wirklich krass wichtige, Caitlin und dieser andere Brie, die wurden von einem Wolf verfolgt, aber die haben verschafft, also bis jetzt haben die geschafft, den so abzuschütten. Und Ryan war fast tot und wir haben uns dann entschieden, ihn zu beißen. Also er sollte sich auch in einen Wolf verwandeln. Auf süß. Ich glaube, Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das mit der Mutter hat er eh gesehen. Er war nicht so lange weg. Buski. Vorsichtig. Ja. Was war das? Oh mein Gott. Das ist Chris. Bestimmt sogar. Ey, warte mal. Das Problem ist, die können ihn doch jetzt gar nicht töten, wenn sie wollen. Weil, weil ihr müsst euch überlegen, der andere Brie, also Ryan hat sich ja noch gar nicht regeneriert. Also wenn wir ihn töten, stirbt auch Ryan, oder? Oder denke ich falsch? Perfekt. What the fuck passiert hier gerade? Nein, Trevis. Was passiert hier? Checkt meine ganze Arbeit. Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Es hat einfach alles nichts gebracht, Chad. Oh mein Gott, Junge. Wow. Aber die Familie tut mir schon irgendwie leid. Die wollten einfach nur diese Werwölfe aufhalten. Die wurden auseinandergenommen. Ihr müsst euch bedenken, dass es alles nur passiert, weil Jacob notgeil war. Die werden ja eigentlich so vom Camp abgereist und alles hätte sich geklärt. Aber er hat das ja sabotiert, weil er einen Tag länger da bleiben wollte. Bro, das ist so sad. Hey! Hey! Wer war das jetzt? Wen habe ich getötet, Chad? Wieso kann sie das kontrollieren? Nein! Sie ist kein Werwolf mehr! Danke. Sie kann es nicht kontrollieren. Sie hat gar keinen Fluch mehr. Sie hat gar keinen Fluch mehr. Was? Oh. Du denkst, es ist vorbei? Das ist es nicht. Was? Wie? Hä? Hä? Ich verstehe es nicht. Chris ist tot. Ach. Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Hey, nein, warte mal. Ich verstehe nicht. Aber sie meinten doch, dass das mit der Dings zu tun hat. Ich dachte auch nicht, dass er der Ur-Werwolf ist. Ich dachte... Die, die er gebissen hat, wenn er tot ist, wird rückgängig gemacht. Was? Caleb bis Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. Mein guter Mann, mein Güter. Aber wer bis Caleb? Aber das geht doch immer weiter. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist... ein Streuner-Rumtreiber. Diese... Oh. Yo. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Bruder. Kann jeder sagen, was er will. Aber kranke Story. Walla, sehr coole Story. Bro. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer, weißer Wolf. Weißer Wolf. Was? Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? An den Hütten, früher am Abend. Er hat einen weißen Wolf gesehen? Okay. Okay, er gibt's. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vor's Auto vor zwei Monaten. Helft mir. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Voll schade. Das heißt eigentlich, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir Mr. H gar nicht töten müssen, Chad. Wir haben Chris einfach unnötig getötet. Meine Fresse, ja. Ach du Scheiße. Mann, 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 Mann. Wir, wir können denen helfen, die noch leben. Wieso soll ich ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Salas. Warte, was war, was hat Noah Goh geschrieben zu der Thematik? Ich hab letztens ein Produkt bei Amazon gekauft. Qualitativ war es echt nicht gut. Ich hab eine Retoure eingefordert. Man hat mir das Produkt quasi geschenkt und die haben mir das Geld zurücküberwiesen. Hat ihr sowas auch mal? Ich schwöre es, die hatte ich. Richtig. Genau das hatte ich auch. Nicht, weil ich jetzt tagtäglich Sachen zurückgebe oder so, aber so. Junge, die sind da richtig kulant. Die sind da richtig kulant. Kulant? Kulant. Bei allem Respekt. Ich schreibe einen edelnd langen Text und niemanden interessiert es. Noah Goh, ich küsse doch deine Seele. Ich bin gerade am Zocken. Weißt du? Du, du, also die Leute im Chat und ich auch, wir wissen, ich gebe echt mein Bestes, so viel wie nur möglich zu lesen, aber man kann nicht alles lesen, Achi. Weißt du? Deswegen nimm mir das manchmal nicht übel, wenn ich etwas mal übersehe. Und allen geht's besser. Jedenfalls, denen, die noch leben. Okay, okay, und wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Okay. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was sie getan haben. Ich verstehe. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Korrekt. Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Wow! Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Sie! Au! Chat! Sie! Oh mein Gott, ich bin so ein Brain. Ich küss eure Köpfe. Was habe ich gesagt? Sie hat mit dem Ur-Werwolf zu tun. Was habe ich gesagt? Bruder, darf ich mich fühlen? Darf ich mich fühlen? Das ist echt heftig. Ich wusste es. Und sie wollte uns aufhalten davon, dass wir diese Jäger töten, damit das nicht zustande kommt. Ach du Kacke. Ja, das darfst du. Ja, Abu Macher, fühl dich. Das ist heftig. Andi, alaikum salam. Bro. Wow! Und müssen es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Heftig. Tod. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. What the fuck? Bro, das hast du gestern schon als Theorie getroppt. So in die Richtung. Genau, genau. Genau. Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Ja, Mom. Es steckt stets mehr dahinter als gedacht. Soll ich es dir zeigen? Wieso bewegt sie sich so komisch und redet so seltsam, Chad? Ja, gut, aber ich kann dir leider nur einen Blick geben in eine mögliche Zukunft. Welche soll es sein? Such aus. Jetzt bin ich wirklich überfragt. Die Sonne oder der Tod? Der Tod könnte uns zeigen, wer potenziell vielleicht in der Zukunft stirbt, damit wir versuchen, das zu verhindern, Chad. Aber jetzt, wo ich weiß, dass sie mit den anderen Leuten zusammenarbeitet, was, wenn sie mich anlügt? Stell euch vor. Stell euch vor, das Spiel ist so krass, dass sie uns da jetzt plötzlich verarscht. Das Ding ist halt, der Junge bei der Sonne ist unterwegs mit dem weißen Wolf. Deswegen würde ich schon eher zur Sonne tendieren. Machen wir Sonne lieber. Emma? Also, die Vorhersage war wirklich für den Arsch. Geh bitte und bring es zu Ende. Man hat einfach ihr Gesicht gesehen, hä?